Hallo, ich bin euer Kingsnight und ich habe euch was zu sagen. Ich habe die tausend Abonnenten geknackt und wollte mich ganz herzlich an alle Abonnenten, an alle, die mich unterstützen, die an mich glauben und so, wollte ich vielen, vielen Dank sagen. Also ohne euch hätte ich das nie so weit geschafft mit euren Ratschlägen, mit euren Tipps. Und ja, das könnt ihr auch immer sagen, also wenn ihr, sobald ihr irgendwas vorschlagmäßig weitergeben wollt, könnt ihr das gerne tun, also ich höre eure Ratschläge gerne an und bin für neue Rezepte, für Veränderungen immer parat, die könnt ihr mit mir besprechen oder so. Ja, es werden noch einige Veränderungen kommen und so und ja, mit der Zeit halt. Und wie gesagt, ich wollte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Durch euch habe ich die tausend Abonnenten erreicht. Wie es jetzt weitergeht mit den, nach den tausenden Abonnenten, was ist mein nächstes Ziel? Natürlich mehr zu knacken und das Ganze und das sehen wir dann. Und das werde ich auf jeden Fall schaffen, durch eure Motivation und Unterstützung sowieso. Und ja, ich wollte mich da wirklich ganz, ganz, ganz herzlich von euch bedanken. Warum XXL Großküche, kann ich euch sagen, ich mache hier immer große Portionen und das Ganze. Deswegen XXL Kingsnight, so eher gesagt XXL Großküche oder XXL Küche Kingsnight. Ja, deswegen der Name, wegen meiner großen Portion. Und daher, ich will mich ganz, ganz herzlich von euch allem bedanken. Und ich werde reinhauen, ich werde weitermachen und auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, euer Kingsnight.